Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal wieder um eine kleine Produktvorstellung und zwar um den neuen Revo Ring Kombi-Filter von der Firma H&Y. Was daran jetzt so neu ist und ob der Filter vielleicht was für dich sein könnte, all das erkläre ich dir in diesem Video. Der neue Kombi-Filter von der Firma H&Y und das Ganze mit einem speziellen Namen Revo Ring. Warum er diesen Namen trägt, da kommen wir gleich zu. Schauen wir uns doch erstmal an, was ist es denn jetzt für ein Kombi-Filter. Es ist eine Kombination aus variablen ND-Filter und CPL-Filter. Das an sich ist ja jetzt keine neue innovative Erscheinung, gibt es ja auch schon von anderen Herstellern. Das Besondere an diesem Filter ist tatsächlich das, was sich auf der Rückseite befindet. Ihr seht es hier nämlich und zwar, da hat es nämlich auch den Namen her, dieser Revo Ring, das neue von H&Y, bezeichnet nämlich die Möglichkeit, dass wir den Filter, den eigentlichen Rückseite des Filters, die Aufnahme, die Schraubaufnahme variabel verstellen können. Das finde ich an sich ja eine ziemlich geniale Idee. Ich bin ja für solche Gimmicks in der Fotografie immer zu haben. Ihr seht schon, wir können das Ganze durch kleine Lamellen entsprechend der Größe unserer Filtergröße anpassen. Das Ganze in meinem Fall hier von 67 bis 82 Millimeter. Das Ganze geht ganz einfach. Wir drehen hier hinten, spannen das Ganze quasi vor. Man kann es dann loslassen. Dann drückt es sich von alleine durch einen Federmechanismus auf. Ziemlich geniale Geschichte. Wie funktioniert die Installation? Die ist ziemlich einfach. Ich zeige euch das mal. Und zwar drehen wir, spannen wir diesen ganzen Mechanismus einfach, packen den hier vorne rauf, lassen los und unser Filter ist installiert. Das alleine ist ja schon eine geniale Geschichte. Wo sehe ich den Einsatzzweck vom Revo Ring Kombi-Filter? Natürlich müssen wir beachten, dass aufgrund der Mechanik, die in diesem Filter natürlich verbaut ist, es nicht unbedingt ein Slim-Filter ist. Das heißt, ich würde ihn daher vielleicht auch gar nicht richtig in der Fotografie sehen, sondern mehr in der Videografie. Und genau da ist ja auch der Vorteil eines variablen ND-Filters. Denn wo müssen wir hin in der Videografie? Na klar, wir haben ja nicht mehr die Möglichkeiten wie in der Fotografie, denn da kann ich ja einen festen Filter nehmen. Ich nehme einen ND8, einen ND64 oder einen ND1000 und passe dann entsprechend zum Beispiel meine Belichtungszeit oder die Blende an. Einen variablen ND-Filter brauche ich aber immer da, wo ich genau das nicht machen kann. Und das ist es ja, wenn du mit deiner Kamera filmst. Denn du hast feste Parameter, die du leider so nicht verstellen kannst. Wenn du zum Beispiel Kameraeinstellungen nimmst, ISO 100, du möchtest sehr offenblendig filmen, damit du ein schönes Bokeh im Hintergrund hast. Zum Beispiel eine Offenblende 2.8. Ja, und dann musst du natürlich auf die Verschlusszeit achten. Und die ist leider fest, damit du kein Flackern bekommst. Das heißt, man nimmt hier immer die doppelte Framerate. Also die Verschlusszeit ist immer das Doppelte der Framerate. Das heißt, ich filme jetzt zum Beispiel mit der Canon RSR mit 50 Frames in der Sekunde. Dann brauche ich eine Verschlusszeit von einer Hundertstel. So, und dann sind natürlich meine Einstellungsmöglichkeiten, tja, die sind begrenzt. Wenn ich jetzt nur einen festen Filter nehme, einen ND8 oder einen ND64, ist mein Bild zu hell oder zu dunkel. Anders sieht es aus, wenn du einen verstellbaren ND-Filter hast. Und genau das habe ich hier bei diesem System. Wir schauen uns mal die Funktionsweise von dem Filter an. Die ist nämlich ziemlich genial, denn wir haben zwei unterschiedlich übereinander gelagerte Ringe. Der untere Ring, der am nächsten an unserem Objektiv dran liegt, das ist unser CPL-Filter. Und dann seht ihr schon, wenn ich diesen CPL-Filter drehe, dann kann ich hier an diesen kleinen Metallstiften den CPL entsprechend eindrehen. Wie die Wirkung ist, das zeige ich euch mal hier. Hier ist der CPL herausgedreht und jetzt drehen wir ihn langsam rein. Und dann seht ihr schon, wie kräftig hier alleine durch die Wirkungsweise des CPLs das Blau im Himmel wird. Und auch mehr Kontrast ersteht gerade mit den Wolken. Wenn wir jetzt unsere Belichtung entsprechend eingestellt haben, dann drehe ich euch jetzt mal hier den ND-Filter raus. Den hatte ich jetzt nämlich schon eingedreht. Und dann seht ihr, das wären jetzt meine Kameraeinstellungen bzw. das wäre mein Kamerabild ohne ND-Filter. Ich habe meine festen Einstellungen, ich habe meine Blende 2.8, mein ISO 100 und eine Verschlusszeit von einer Hundertstel. Mein Bild ist dann leider heillos überbelichtet. So könnte ich nicht filmen. Und jetzt kann ich aber ganz einfach meinen ND, den variablen ND-Filter am zweiten Stift hier entsprechend eindrehen. Ihr seht es hier vorne auch an der Linse, wie sich das Ganze abdunkelt, bis hier maximal erreicht ist. Jetzt seht ihr schon, der Aufbau ist natürlich ziemlich groß. Das heißt, meine Bedenken waren als erstes, ja wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt weitwinklig filme. Denn ich fotografiere ja nicht nur weitwinklig, sondern ich möchte vielleicht auch mal weitwinklig filmen. Deswegen habe ich meinen 1535 hier draufgepackt auf die Canon R. Und war tatsächlich überspannt, wollte ich gerade sagen. Die Spannung war überragend. Nein, 15 Millimeter, keine Vignettierung beim Filmen in den Ecken. Das ist natürlich schon eine ziemlich geniale Hausnummer. Allerdings gibt es doch einen kleinen Wermutstropfen. Und zwar habe ich das Problem, dass ich leider, 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 und ich habe auch schon mit H&Y drüber gesprochen, eine typische X-Bildung bekomme. Bei 15 Millimeter, wenn ich dann in den Bereich der Einstellung hier beim Filter, also ab Marker 5 bis maximal, habe ich ein wirklich deutliches, deutliches X. Und ich kann dann den Filter bei 15 Millimeter nicht mehr verwenden. Allerdings muss man auch der Fairness halber sagen, H&Y ist da sehr transparent. Denn es gibt extra für den entsprechenden Filter eine Tabelle, in der ich ablesen kann, ja, ab wie viel Millimeter habe ich denn dieses X nicht mehr. Ja, im Grunde musst du tatsächlich schon auf 30, 35 Millimeter gehen, damit du das X weg hast. Gut, die meisten werden vielleicht auch mit 35 Millimeter filmen. Aber dann könnte man sagen, gut, dann betrifft es mich nicht mehr. Ich finde es schade, dass man allerdings nicht weitwegiger damit filmen kann. Das wäre natürlich, dann wäre es das Highlight für mich schlechthin gewesen. Farbtreue, sehr, sehr gut. Ich habe keine Farbverfälschung im Filter, wenn ich den verwende. Und alleine schon die Technik, dass ich das Ganze hier abdrehen kann, indem ich das einfach nur spanne und dann abnehme. Das heißt, das eigentliche Drehen, hier seht ihr es, das entfällt. Das finde ich schon ziemlich cool an dem Filter. Ich finde es schade, dass wir das deutliche X hier drin haben. H&Y hat mir geantwortet. Ich habe das Ganze natürlich mal ein bisschen hinterfragt. Warum ist das so? Sie haben eben gesagt, okay, wir wollten natürlich eine große Masse an Objektiven abdecken. Wir wollten auch eine große Range eben an ND-Bereich abdecken. Und dann ist es leider so, dass wir im weitwinkligen Bereich dieses X hier drin haben. Wenn du allerdings natürlich weißt, ich filme ja sowieso nur mit 35 Millimeter, ist es ja kein Problem. Dann hast du das Problem mit dem X nicht. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, ich habe das Ganze jetzt auch mal ausprobiert. Und ich brauche auch zum Filmen, bis ich dahin komme, wo ich hin möchte, tatsächlich gar nicht die volle ND-Leistung. Sondern ich bin im mittleren Bereich hier auch gut mit abgedeckt. Der Reavering von H&Y. In diesem Fall ja ein Kombifilter aus variablen ND- und CPL-Filtern. Ich spreche das Ganze nochmal direkt an. Denn diesen Reavering, den eigentlichen Grundring, den bekommt ihr auch separat zu kaufen. In meinem Fall ist der Kombifilter geschlossen. Das heißt, ihr könnt die entsprechenden Filter vorne nicht abnehmen. Aber für das separat erhältliche Rechteckfiltersystem gibt es einen entsprechend einstellbaren Reavering als Grundring. Dazu gibt es aber in einem gesonderten Video nochmal mehr Informationen. Heute sollte es ja nur um den variablen Filter hier gehen. Ein gutes, interessantes System. Ich persönlich finde ja solche Mechanik hier, das finde ich ja immer interessant, wie Ingenieure sich das hier so auszüfteln, dass das Ganze nachher auch funktioniert. Aber das steht natürlich nur an zweiter Stelle. An erster Stelle ist natürlich die Bildqualität. Da muss ich sagen, Bildqualität von den Filtern sehr gut. Wir haben keine Farbverfälschung. Wir haben keinen Blau- oder Violettstrich, wie es bei anderen Herstellern leider manchmal der Fall ist. Aber wir haben trotzdem einen Minuspunkt. Und das ist das deutliche X in der Bildmitte, wenn wir den ND-Filter bis zur höchsten Stufe einstellen. Und das ist tatsächlich für mich ein kleiner Nachteil, wo es hier einen Punktabzug für mich gibt. Denn bei 15 Millimeter, ja, filmt man vielleicht nicht immer. 35 ist vielleicht üblicher. Aber ich filme manchmal bei 15 Millimeter. Und dann kann ich eben die volle Wirkungsweise des ND-Filters leider nicht nutzen. Das ist ein bisschen schade. Und deshalb gibt es an dieser Stelle von mir einen Punktabzug für diesen Kombifilter. Ansonsten eine tolle Sache. Wenn du vielleicht nur mit 35 Millimeter filmst, wird es dich nicht stören. Aber man muss es ansprechen. Es ist halt da das Problem. Schönes System. Ihr Lieben, vielleicht hat es ja von euch schon einer. Oder vielleicht spielt ihr auch mit dem Gedanken, euch vielleicht eins zu holen. Dann schreibt mir doch mal gerne eure Meinung, eure Gedanken zu diesem Kombifilter unten in die Videokommentare. Tja, und wenn euch die kleine Vorstellung vom Reavering, dem Kombifilter, Variable ND und CPL hier zum Filmen von H&Y gefallen hat, lasst mir fürs Video doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert doch gerne an dieser Stelle meinen Kanal. In diesem Sinne bis dahin. In diesem Sinne bis dahin.